So, wie gefällt es dir heute? Ja, ist super. Das Wetter spielt leider nicht mit, aber sonst ist es sehr gut. Ist witzig. Und, was hast du schon gegessen und trocken? Ich habe vorher gerade so einen Kaspersknödel gegessen mit Sauerkraut. War sehr gut. Und trinken bin ich heute leider antialkoholisch unterwegs, weil ich Autofahrer bin. Da habe ich so einen Opfelsaft, einen heimischen Naturdrüben drin. Wie gefällt es euch heute? Ja, also das Wetter ist nicht wirklich sehr besonders. Wie man sieht, es ist eigentlich ziemliches Sauwetter, aber das Essen ist sehr gut. Und der Weichsen-Schnaps schmeckt auch gut. Ja, auf jeden Fall. Haben wir schon probiert. Auch ein alkohol-freies Saft steht zur Verfügung für die Gesunden. So, was macht sie genau bei eurem Stamm? Wir kaufen Kuchen, Brötchen, Kaffee, Sturm, Stürme und Sosnagetränke. Und wie sind denn die Einnahmen heute? Mäßig. Mäßig. Das ist jetzt nicht so. Okay. Wahrscheinlich im Wetter weiß es mehr. Und wie wärmt sie euch zwischendurch? Wir machen entweder mit Kuchen. Und man macht auch genug Bewegung. Und am Wunsch haben wir auch. Aber das ist nur ein wenig, weil das ist der kleine Kuchen bei mir genauso. Okay. Was machen sie heute genau? Ich mache die Kartoffellacken. Und was ist das genau? Da wird aus ganz normalen Kartoffeln werden Spiralen geschnitten. Und die werden vom Fett herausgebacken und gesalzen. Und wie sind die Einnahmen heute? Wegen dem Wetter wahrscheinlich. Wir sehen uns nach. Wir sehen uns nach. Ja, wir sehen uns nach vorne. Okay. Ja, man war ein bisschen nach. Vielleicht kann ich vielleicht sehen, ob Sie sehen die Börsehalle an derzeit. Hallo, vielen Dank. Hau mal. Okay. Ja, sie wollen sie. Ich bin ein bisschen da. Ich bin ein bisschen da. Ich bin ein bisschen da.